Hi, ich bin Henriette, Studentin an der CAU in Kiel im Bereich Nachhaltigkeit und in meinem Forschungsprojekt geht es darum zu schauen, wie neue Studierende ein Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaftsinn miteinander entwickeln können. In meiner Masterarbeit forsche ich zum Thema digitale Hochschule und Resilienz. Meine Forschung wird den Universitäten ein Toolkit zur besseren Entwicklung und Entsetzung einer digitalen Sommersemester der Gebeten. Das digitale Mentoring wollen wir auch untersuchen, wie wir besser auf einzelne Bedürfnisse der Studierenden eingehen können, wie die Studierenden die Betreuung im digitalen Sommersemester 2020 einschätzen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 sens Его